Ja, das ist meine Glimm-Lampe, die leuchtet eigentlich grün. Ich habe hier meinen alten, beziehungsweise meinen ersten Begini mal wieder verwendet. Ich habe die Begini-Schaltung auf die Platine gemacht. Und habe jetzt eine 13,8 Volt Spannungsquelle angehängt. Ja, jetzt ist es grün. Oh. Und der Begini geht ab, bis und geht nicht mehr. Oh, da wird verdammt heiß. Ja, aber, wie gesagt, die Lampe leuchtet eigentlich grün, aber da sind offenweise, wie soll man es nennen, Blitze drin. Und der Begini geht ab, bis und geht ab, bis und geht ab, bis und geht ab, bis und geht ab. Und der Begini geht ab, bis und geht ab.